So, da bin ich. Äh, kaum habe ich die Aufnahme be... Endet wurde ich von einer Fledermaus attackiert. Ey, hallo! Die Fledermaus mochte mich gar nicht. Ich höre sie. Aber das war... Ah, da. Stirb! Geh doch! Mistvieh. Dämliert Mistvieh. Okay. Jetzt kann ich weitermachen. Also, wir befinden uns hier auf einem Friedhof. Und auf diesem Friedhof befindet sich ein großes Skelett. Und dieses große Skelett hat hier eine Tafel, auf der steht, jener, der mich erweckt, ich betone es mit Absicht, erweckt, soll gegen mich im Kampf bestehen. Erst dann werde ich die Wut der Flammen ersticken. Hm, wie kriege ich ein schlafendes Skelett wohl wach? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gerade keine Ahnung. Nein, also ich weiß, wie ich es machen muss, aber ich weiß die Noten gerade nicht mehr. Sonate des Erwachens. Wo wir wieder beim Thema Erwecken sind. So, äh... Da, 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 da... Da, da, da. Okay. Ups. Uah. So, wünscht mir Glück. Also, ich glaube, hier ist es von... Ja, ich weiß. So, Moment. Moment. Ich bin ja nicht blöd. Wuhu. Weiter, 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 weiter. Lass mich schneller durch. Ich habe ihn gleich eingeholt. Oh. Äh, ich glaube, das war nicht so in der Sache, oder? Lauf, 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 lauf. Wuhu. Wuhu. Scheiße. Ich glaube, den mache ich gleich nochmal. Ah. Ich glaube, ich muss ihn nur überholen, oder? Muss ich ihn auch ernsthaft besiegen. Äh, ich weiß es nicht mehr Gehst du weg? Ähm Ich bin da ernsthaft überfordert Ich kämpfe einfach gegen ihn Aua Ah, doch im Kampf, okay Warte, ich gebe mich geschlagen Steck deine Waffe weg Ich habe einst die Armee von Ikana befehligt Man nannte mich Sukul Kita Weil die Schande eines verlorenen Kampfes in unserem Reich auf mir ruht Hab ich hier auf jemanden gewartet, der meine Seele erwecken würde Er sieht so ein bisschen aus wie Goofy, sind wir ehrlich Junger Krieger, der du mich erweckt und besiegt hast Ich verlasse mich auf deine Stärke, um deine Bitte zu erfüllen Ich bitte dich, nimm meine Seele Hauptmann, Sir Darf ich abtreten, Sir Nick einfach, Link Nick einfach, Link So geht's auch So geht's auch Juhu So, wie ziehen wir uns jetzt am dürfsten da rüber Komm her Maske Okay Ja 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 Geister reden Bla 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 Okay Juppia Yeah Selbst zurück geht das nicht so wie ich will Na okay Der Hassmaske bliecht Schnell, schnell, am schnellsten Schnell, schneller, am schnellsten Schnell, schneller, am schnellsten Dadadadadadada Ich höre was Irgendwas, was ich nach Gefahren hört Ach, egal Laufen, 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 laufen Lalalalalalalalalala Oh, shit Halt 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 Ich war das Herz Das funktioniert mit dem Schild sogar Boah Ey, da muss ich hin So Was für eine hübsche Maske Dies ist die Maske des Anführers der Ninjas Der einst von den Zinnern des verwunschenen Schlosses später Damit sollte es möglich sein, die gewandernden Geister seiner Was, einstigen Gefolgschaft herbeizurufen Vielleicht bist du in der Lage, jene irrende Seelen zu retten Ja, man glaubt es kaum Aber selbst das vermute ich sogar Hi, Pona, ich komm ja wieder Ho, 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 ho Maske Hasern, Maske Nein, lauf, lauf, lauf Au Nein, geh weg, der tut weh Ah Die tun alle weh Nein Los, weg hier Boah, sehr schlimm Willkommen im Ikana Canyon So, da muss ich noch irgendwie hochkommen Den kennen wir Was willst du denn? So, da kann ich dich sehen Aber ich spüre einen kalten Hauch Des unsagbaren Bösen, der uns umgibt Hast du keine Maske, die das ungeheuer aussichtbar macht? Hast du das Ding? Ja, das Ding Meister, ihr habt gerufen? Was bist du? Also, klar Das war zu einfach Unglaublich Du bist mir ersteinwürdiger Gegner Ich hab einmal zugehauen Ich verneige mich vor dir Indem ich mein Herz öffne Und dich an meinem Wissen teilhaben lasse Willst du das Tal von Ikana durchqueren So ziele mit dem Pfeil Der frühen kann Auf die Bestien im Fluss Das zu glauben oder nicht Liegt nur bei dir Zu sterben Ohne unsere Körper zu unterlassen Das ist der Weg der Garung Adieu, Alter So Wesenfluss Kann sich ja nur um Oktobusse handeln Hoppala Ah, okay Zack Geht doch garantiert noch höher Sag mal Ah, da drüben Okay Hier geht's Ah, da Ach, da ist Einer davon ist der andere Baum Der da, wa? Ah Oh, hinter mir war was Drehen, 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 drehen Nurbelattacke Mich hat trotzdem was getroffen Ich hab da eine Fee gehört Ha, ich sehe eine Fee Man kann nie sicher genug sein Auch wenn ich jetzt noch nicht, äh Da hingehe, aber Hey, warum nicht? Okay So Okay Juhu Und ruf da Also Das Problem ist folgendes Wir müssen in dieses Haus Ein Problem davon erkennt ihr auf Anhieb Ja, ich auch Da kommt eine Ware Verpiss dich So, ein Problem erkennt ihr davon auf Anhieb Ja Da rennt was rum Und ich muss gestehen Ich weiß grad nicht wirklich, was ich tun soll Hier ist noch was Hier kommt doch wieder irgendwas Ich erinnere mich dunkel, dass hier was war An dem Baum Ach, daneben nicht So Ah, mich juckt's Wahnsinn Geisterhaus Ziellose Geister warten nur auf ihren Kopf Ja, klar Hier ist wieder irgendwo was Ausgetrockner Brunnen Aufgrund diverser Geistererscheinungen Ist ja zu tot untersagt Wollte ich schon mal erwähnen, dass ich Brunnen hasse? Oh, aber ich glaub, ich muss hier rein Äh Äh Muss ich dir nicht irgendwelche Sachen geben? Okay, aber nicht so Ich glaub, ich hab in dem Brunnen hier unten noch nichts verloren Ich glaub, dazu brauch ich noch ne Maske Ah, okay Glaub ich aber auch jetzt nur Ehrlich gesagt Ah ja Geh einfach hoch Wurde schon schief gehen Oh, Licht Ich glaub, dazu brauch ich definitiv noch ne Maske Um da unten was Reißen zu können Okay, haben wir hier irgendwas? Naja, wir haben dieses komische Geisterhaus Wo wir rein könnten Wo ich ehrlich gesagt nicht rein will So, was haben wir hier? Höhle, aufgrund diverser Geisterhälter Okay Ähm Jetzt langt's Jetzt komm schon, ich hab's doch grad gehört Ach, da ist er doch Ja ja, Meister, ich hab mich gerufen Was bist du? Und wieder nur ein Till Es geht mir jetzt echt zu einfach Du bist mehr als würdiger Gegner Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne Und dich an meinem Wissen teilhaben lasse Ja Um den ausgetrockneten Fluss am Hügel von Ikania zu füllen Musst du zur Höhle der Quelle gehen Es ist nichts Ach nee Okay Ja.